aber wie einfach nur alles weiß ist da vorne au auf du hast ja fahrt hier war das schon fast schon zu kalt ja mit in den Handschuhen oh fuck da war nix alter was das für optik gerade ist also vorne macht es doch nicht so nepplig vom waterneppel weiter unten schon wieder alles ins gelick nicht hocken weiter ja hey ähh nein 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 noch drauf scheiß offcamper sections so hier ne ich glaube ich habe gerade das hinterrad versetzt unheimlich gewollt guten tag meine brille ist angelaufen ja so das muss gleich das ist von kack ich sehe kaum was das obere Teil der Brille aufgelaufen ist ah hier rein brems weg ups bin ich etwas abgekommen vom Weg so und das sind jetzt die Serbentine wo ich das hinterrad versetzt habe ok ach stimmt da war ja der hessische Baum gelegen vor dem letzten Mal schon stimmt jetzt weiß ich warum ich die Säge mitnehmen wollte wegen dem scheiß Ding ja wenn du den absägst dann kommt der ja rum das ist egal dann machen wir fahrrichtig klein ein, zwei, drei Kurven dann sind wir unten auf dem Weg und dann äh links rum Richtung äh Waldschenke das sind alles so das ging gar nicht alle waren noch nicht ooooh das sind für mich keine schöne Serbentine zum üben es gibt keine schöne Serbentine zum üben es gibt nur Serbentine zum üben aber schöner gibt es keine ah fuck ich muss weiter ausholen und dann letztes Mal habe ich relativ gut drauf gehabt äh 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 alle bis Moshe war tau kriem eigentlich da lang mit dem Rad schon lange her wo ich schon wieder so gefahren bin ups, servus guten tag, dankeschön ja, ich glaub ich brauch mehr druck in dem dämpfer hinten hohe weihnacht ich muss echt noch den dämpfer gucken, ich glaub der hat grad eh hier ein bisschen zu viel abkriegt ich weiß gar nicht, hab ich jetzt die Kamera aus oder nicht? ich denk, ich hab's nochmal aus nehmt auf nehmt auf? nehmt auf? ja ok, dann lassen wir's mal aufnehmen nehmt gehts auf das kirikiri kiri meis, jetzt kommen die Treppen halt ach scheiß drauf hast du Holzspeicher? boah geil, Holzspeicher ja, neue Holzspeicher die bringen es, oder? oh, die sind wirklich noch hoch ja, sag doch